Romanus III. Agyrus war von 1028 bis 1034 byzantinischer Kaiser und erster Mann der Kaiserin Sohe. Leben Romanus entstammte einer byzantinischen Adelsfamilie und war Präfekt von Konstantinopel. Er selbst bestieg den Thron, nachdem der sterbende Kaiser Konstantin VIII. ihn gezwungen hatte, seine Tochter Sohe zu heiraten, wobei Konstantin da lassenlos das Nachsehen hatte. Die Heirat fand am 12. November 1028 statt, drei Tage später trat Romanus III. die Regentschaft an. Er zeigte großen Ehrgeiz, als Regent eigenständige Politik zu betreiben, war aber in seinen Unternehmungen zumeist glücklos. Er gab große Summen zum Bau von Gebäuden und zur Unterstützung von Klöstern aus. Sein Versuch, die Steuern zu senken, führte zu einem defizitären Haushalt. Im Jahr 1030 entschloss er sich, die Invasionen der Araber an der Ostgrenze des Reichs zu vergelten und führte eine große Armee nach Aleppo. Auf dem Marsch wurde er vom Gegner überrascht und erlitt eine schwere Niederlage bei Azars in der Nähe von Antiochia. Obwohl die Katastrophe durch Georg Maniakes und seine erfolgreiche Verteidigung von Edessa sowie durch einen Sieg über die arabische Flotte in der Adria gemildert wurde, gewann Romanus seine Popularität nicht zurück. Seine Gattin soll an seinem Niedergang aktiv beteiligt gewesen sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017